Moment, warte. Du denkst, dass es etwas gibt, das ich nicht weiß? Ja, und vielleicht hat es was mit deinen leiblichen Eltern zu tun. Ich glaube wirklich, du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst. Ich hoffe, du weißt, dass ich hier bin. Du weißt bestens Bescheid darüber, dass wir beide getrennte Wege gehen. Also dann, ciao. Warte, einen Moment, Matteo. Hey, alles okay? Könnt ihr die Miete bezahlen, Jungs? Naja, genau genommen nicht, aber... Also, das dachte ich mir schon. Echt ein Jammer. Was soll das, Ray? Matteo hat mich geküsst. Emilia, geht's dir gut? Sieht das für dich wie eine Halluzination aus? Nein. Allerdings wäre es kein Wunder, wenn ich bei jemandem, der so strahlt wie du, meinen Kopf verliere. Es tut mir leid. Ich kündige. Nehmt ihr die Herausforderung an? Selbstverständlich. Und ihr? Wir wären dann bereit. Wer fängt an?